Hallo Leute, ich habe mir gedacht, da mich immer so viele fragen, was für eine Lippenkombi ich benutze. Da dachte ich mir einfach, ich zeige euch jetzt meine Lippenkombi und yes! Okay, also bevor ich meine Lip Liner und alles auftrage, benutze ich erstmal dieses Lip Maximizer Serum von Dior. Und das trage ich dann einfach ganz normal wie ein Lip Gloss auf. Okay, also als erstes benutze ich so einen Lip Liner von MAC in der Farbe Spice. So, den trage ich dann einfach ganz normal auf. So, und wenn ich das aufgetragen habe, dann verblende ich das erstmal. So, das sieht dann so aus. Und dann benutze ich noch den Lip Liner von Manhattan in der Farbe 94F. Und den trage ich dann einfach so normal als Lip Liner auf. So, so sieht das Ganze dann aus. So, und dann benutze ich meistens noch dieses Lippenöl von Dior in der Farbe 015 Cherry. Und dann benutze ich das Mal so.